Hallo und willkommen zurück zu Atlas Blackwood. In der letzten Folge wurden wir ja so unschön aus dem Spiel gekantet und wie wir sehen, wurde ich auch ein wenig zurückgesetzt. Hm, ich hoffe nicht, dass das jetzt andauernd passiert. Jetzt machen wir den ganzen Quatsch nochmal. Ich glaube, hier hinten hatte ich auch noch einmal, ne? Ich weiß es nicht mehr. Doch, hier habe ich auch nochmal. Welche hingepackt? So, genau, dann war ich ja auf der Fibersuche. Das fange ich nochmal an mit der Fibersuche. Ein Riesenspaß, Mensch, das ist ja toll. Cool. Okay, Fiber, ja. So, hier ist meine Foundation. So, dann muss ich hier mal... Da. Ich brauche unbedingt eine Sichel. Ich weiß nur gerade nicht, wann man die bauen kann, weil dieses Parsley brauche ich jetzt nicht, ne? Oder Bären und so. Ich brauche eine Sichel. Ja, mal schauen, wann es das nächste Mal abschmiert, das Spiel. Also scheint doch noch sehr, sehr, sehr stark verpackt zu sein, jetzt die aktuelle Map zumindest. Ich weiß nicht, wie es beim Original-Spiel aussieht. Wenn es einfriert, man keine Bauplätze hat, also nicht da bauen kann, wo man bauen möchte, dann wird es kritisch. Dann werde ich auch sagen, okay, wir legen das Projekt auf Eis. So, ich brauche mehr Foundations. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen, ne? Ach da. So. Hm. 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 So, dann machen wir hier noch 4 mal 5. Das ist okay. Wie spät haben wir das? Es ist 2.48 Uhr. So, 4 mal 5. Nicht die Wände. Ich will... Oh nein! Wieso macht er denn Wände? Ja, wie blöd ist das denn jetzt? Das hat er sich gemerkt. Das hat er sich gemerkt, dass ich da Wände reingezimmert habe. Was stimmt denn mit dir nicht? Aber ich will doch Foundations haben. No. Sehr gut. Ganz toll. Okay. Oder lassen wir einfach 3 auf? Nee, das ist zu klein. Also mir ist das zu klein. Ich brauche noch ein paar. Und wieso ist das jetzt so rum? Das ist doch eine Ceiling. Ich habe Thatch Floor gebaut. Also ich bin echt ein Horst manchmal, ne? Das geht gar nicht. Ich will doch aber Holz bauen. Oh nein! Nein! Ach, Nick. Ja gut, dann... Reiß alles wieder ein. Wieso baue ich denn Stroh... ...Bohnen? Ja, cool. Kein Problem. Es wird eine richtig, richtig spannende Folge. Okay. Gut. Dann... ...weiter damit. Ja, da brauche ich wohl ein bisschen mehr Wurter. Gut, dann... ...abholzen. Los. Und hier... Weg damit. Ich brauche hier eine große Fläche. Oh, kaputt. So. Ich will wieder Licht anmachen. Oh. Eins, zwei, drei, vier... ...fünf. Dann wollte ich ja vier in die... Geht das hier überhaupt so weit? Ja, geht. Zack. Da war es schon wieder, ha? Fiber and Thatch. Oh. Also ganz ehrlich, da baue ich hier Strohfrauen. Seht ich jetzt. Was ist denn mit mir? Na? Braucht noch was? Nö. Parsley. Parsley. Nicht passlich, brauche Straw Nicht BN, nein Hauptsache, das spawnt doch alles rechtzeitig wieder nach So, dann brauchen wir noch Stroh Kaputt Und erstmal wieder zurück Ich seh nichts Was ist hier? Ach du, was hast du? Ach Gott, das hat... Oh Gott, und hier ist keine Quelle oder sowas Hm War doch hier, oder? Meine Putze Oh, jetzt hab ich mich Jetzt hab ich mich verlaufen Hier ist ja ein Strand, hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh nein Moment Ich war doch auf der Seite, oder? Oder nicht Oh Gott Das ist übel Ja, aber war ich nicht hier irgendwie? Ich war doch hier in so einer Bucht Oder was? Oder nicht? Oh nein Nein Ähm Plan los Da Da Da, da, da Das war doch keine Bucht Okay Hm So, ein paar vor... Oh, es wird endlich Tag Meine Güte Hier siehst du ja gar nichts Zack Was fehlt jetzt wieder? Fetch Was Anderson Nein Ja Ja Nein Ja 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 Und es fehlt auch schon wieder Fiber. Ich will hier runterfallen. Ich will hier runterfallen. Ah, okay. Wir geben auch Stroh. Pfeiber, meine ich. Pfeiber mit. Blümchen sammeln. Ach. So, da habe ich doch eine ganze Menge jetzt. Schon mal. Hätte ich vielleicht hier bauen sollen. Naja. Ist egal, ich bleib jetzt da hinten. Na, gehst du da jetzt rauf. Zu vier in der Breite. Brauchen wir noch neun. Was? Ach, jetzt. Ernsthaft jetzt? Oh, nee, ne? Okay, das... Ach, das hatte ich ja vorhin auch schon. Mist. Mist, Mist, Mist. Ehrlich. Okay, hier wieder weg. Andere Seite. Ein Träumchen. Wirklich. Okay, also, wenn das hier nicht funktioniert und die Baumöglichkeiten und der Spielspaß echt liegen bleibt, dann werde ich mich kurzerhand umentscheiden und von Atlas wieder auf A gehen. Dann ist das eben so. bis dieses Spiel irgendwann mal funktioniert. Oder aber ich nehme die klassische Atlas-Map Weil da funktioniert ja der Baum-Modus definitiv. Da kann man ja überall bauen. Schöne Singleplayer. Aber wenn das hier noch so verpackt ist... Zwei noch. Okay, jetzt sind wir immer noch nicht so weit wie bei der letzten Folge. Das ist echt spannend. Jetzt baue ich die Türen, so wie beim letzten Mal. Doorway hierhin. Pam. Und Doorway hierhin. Und dann nehme ich die Wände und setze Window Wall da. Zwei Window Walls da. Dann brauche ich zwei Türen auf jeden Fall. Wood Door, da brauche ich Thedge und Wood. Ach Quatsch. Brauche ich doch der Axt. Und dann hätte ich gerne zwei Türen. Zwei Türen. So. Zack. Zack. Und jetzt noch jede Menge Wände. Dafür benötige ich jetzt auch wieder Zedge und Fiber. Nervig. Und wieder auf der Suche nach. Fiber. Was kannst du eigentlich? Holz kannst du. Torch kaputt. Gibt mir die Blümchen, da kann man gut sammeln. Die sieht man wenigstens gut. So. So. Das ist ganz schön dunkel hier, ne? Also diese Bäume müssen auf jeden Fall weg. Die müssen weichen. Es ist schon 8.19 Uhr und immer noch so dunkel. Okay, wir brauchen Wände. Und jede Menge Brot. Okay, dann werde ich schon mal hier so einen großen Baum abholzen. Drei Jahre später. Okay, und das wäre Licht, oder? Ja, schon ein bisschen besser. Müssen noch ein paar mehr Bäume weg. Da haben wir Fenster. Dann machen wir hier noch ein Fenster hin. Hier machen wir klassische Wände. So. Hier brauchen wir, glaube ich, keine Wände. Aber hier mache ich noch ein... Also keine Fenster. Hier mache ich noch ein Fenster mit hin. Hier mache ich zwei Fenster hin. Hier wieder gar keine und hier komplett gar keine. Ja. Achso, ja. Essen, genau. Ähm... Window Wall. Window Wall. Dann so. Was fehlt jetzt? Fetch und schon wieder Fiber. Ich hausse Fiber. 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 Es ist so dunkel hier. Wo sind die Blümchen? Ich brauche Blümchen. Oder diese Dinger hier, die sind auch gut. Nur ein bisschen klein vielleicht. Die sieht man nicht so gut. Da sind Blümchen. Ja, cool. Wir sind auch gar keine Tiere, was mich auch ein bisschen fettig macht, ehrlich gesagt. Das ist blöd. Ich benötige ja sicherlich auch ein bisschen Leder und sowas. Ach, gleich mal. Ich brauche eh davon noch eine ganze Menge. Dann sammle ich mal weiter. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich hier an Wasser kommen soll. Das heißt, ich muss schnellstmöglich ein Bett bauen. Ansonsten bin ich hier verloren. Wenn ich nämlich sterbe, dass ich dann hier wieder spawnen kann. So, kann ich denn ein Bett bauen? 40 Heid. Und ich habe ungefähr null. Wo ist denn mein Schiff eigentlich? Ich kann nämlich sein, dass ich da noch ein bisschen Heid drauf habe. War das da? Ich hoffe, ich habe da für Sicherheit. Wenn nicht, dann... Wenn nicht, dann... Oh nein. Echt jetzt? Ich habe gar kein Heid. Und hier sind keine Tiere? Ähm... Awesome. Ehrlich. Richtig gut. Das ist jetzt nicht so cool. Ich werde mal so die wichtigen Sachen hier... Hier rüberknallen. Weil... Wenn ich sterbe... Ich komme nie wieder zurück. Ich finde hier nie wieder zurück. Achso, ich habe doch hier ein Bett. Ich dussel. Oh, alles gut. Beruhige dich. Ich komme auf jeden Fall wieder an der Insel an. Okay, alles gut. Puh. Stimmt, da war ja was. Okay. Okay, alles ist gut. So, das bleibt hier erstmal drinnen. Ach, Mensch. Alles in Ordnung. So, weiter bauen. Die andere Seite. Da. Guck mal, einfach quer rüber. Zack, bin ich bei meinem Schiffchen. Sehr schön. Ich brauche noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wände. Ja, ich glaube, es werden drei. Gut, wir brauchen Wood. Ich holze hier weiter ab, dass die verschwinden. Gut, und jetzt noch drei. Eins, zwei, drei. Wo ist denn die Sonne da? Okay. So, dann muss ich ja hier vorne auch noch eine Terrasse bauen. Gott, hier ist ja der Seegang. Wellengang. Ein Tsunami. So, schon mal zu. Und dann habe ich ja hier so eine Viererbreite. Das ist ja auch schon wieder doof. Aber okay. Da brauchen wir dann diese Schrägwände. So. Was fehlt? Seeg. Da habe ich ein Problem. Hol ich. Gehe ich da nochmal? Hier ist noch so ein großer Baum, der weg muss. Aber der spawnt bestimmt wieder zurück. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Kein Problem. Machen wir halt eine neue Folge. So hin nochmal. Eins, zwei, drei. Fünf kann ich bauen. So. Bäm. Ja, gut. Dann beende ich hiermit die Folge. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Atlas Blackwood. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.